Heute das neue Video vom NFC Heard Need for Speed mit dem geilen S Aston Martin. Gratis beim Händler kriegt man und ja, freuen wir uns ja nicht lang, machen wir mal gleich ein Rennen. Bisschen schon beschädigt, aber ja, geht schon alles noch. Bisschen schon beschädigt. Bisschen blöd jetzt gefahren, aber sind noch im Rennen. Driften habe ich ihn leider noch nicht eingebaut. Und Drift ist er derweil noch nicht so gut. Drift, muss ich beginnen. Ja, wie soll ich sagen, ich bin noch nicht der beste Nitzvorspielfahrer. Aber ein paar Autos haben wir schon mal hergerichtet. Ja, mit geilen Lambo haben wir mal bei uns zu Hause. Mit einem geilen BMW, aber alle Polizei. Und den Aston Martin ist jetzt mein privates Auto. Und ja, ich will gerne mit Freunden, ich will am liebsten mit meinem Cousin. Der hat auch gut, der hat McLaren und alles. Und auch alle möglichen Autos. Und ja, ist auch sehr gut. Aber derweil in letzter Zeit bin ich noch besser. Aber im Fahren bin ich einfach schlecht. Okay, jetzt sind wir nur 500 Meter. Und kaufen wir uns jetzt mal einen geilen Sportwagen. Oh, warte, ich muss schauen, ob ich jetzt noch Geld habe. Okay, das war's mal mit dem Video. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Werde ich bald ein neues Auto rauskommen. Und ein neues Video von Mieter Spies. Tschüss.